Ciao Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf einem Kanal, Leute, hier sind sie mit im Hintergrund, wir suchen einen Rack, heute bin ich nicht alleine, heute ist einfach wieder Memo mit dabei, was geht ab? Hallo? Ja, was geht? Freut mich, dass du mal wieder mit hast, hab ich da ab. Jo, normal, normal. Nein, das ist Memo, ja, das war passt. Aber egal, Freunde, heute, habt ihr schon im Tee gelesen, ich will euch mal wenigstens für eine Runde so eine Waffe zeigen, vielleicht. Und zwar würde ich euch gerne mal die auch zeigen, ich hab die selber noch nie irgendwie in Rainbow wirklich gespielt. Und ich bin einfach mal gespannt, ob die so underrated ist, keiner spricht über die, keiner sagt, die ist krass oder irgendwas. Also die wird so komplett aus und vor gelassen im ganzen Game und ich bin einfach mal gespannt, ob die jetzt wirklich gut ist oder so. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und Freunde, checkt gerne meinen Partner Instant Gaming aus, Link zu Instant Gaming ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben auf jeden Fall ultra viele Alpha Packs, 45.000 und 72.000 Renown, also Freunde, vielleicht wird es heute endlich true, dass wir die Alpha Packs schaffen im Stream. Um 17 Uhr fang ich natürlich an, jetzt gehen wir rein in die Runde, let's go. Okay, Freunde, wie ich bin, auf Kaffee durch Budgetski, auf geht's, Alter, bin ich immer echt gespannt. Mann, ich hasse diese Map, ey, Mann, Freunde, ich hab jetzt hier meine Auge am Start, Digga, bin mal gespannt, was sie für ein Recall hat. Also wie gesagt, hab ich noch nicht einleitigstes Mal in meinem Leben mit der gespielt. Digga, war der Recall nicht mal so, also das ist krank, dass die den so, sag ich mal, verändert haben, ne? Ja, die Waffe hört sich irgendwie voll komisch an. Welcher Spot? Achso, den hier, ah ja, den kenn ich, den kenn ich, ja. Guck mal, ich hab ihn gekillt dadurch. Es gibt aber noch einen anderen, es gibt noch einen anderen, ne? Guck mal, ich zeig dir den anderen. Und zwar musst du hier hoch, einfach aufs Dach, einfach hier hoch und dann kannst du hier auf den Van auch noch auf, guck mal. Kannst hier auf den Van auch noch auf und kannst dich hier so hinlegen, theoretisch. Das würde auch noch gehen. Ja, aber das ist voll, äh, Mann, dann sieht er dich halt. Ja, das ist auf jeden Fall. Bei, bei, bei dem, bei dem Auto sieht man nur den Kopf. Die hört sich voll komisch an, die Waffe. Warte ich drum mal rein mit uns. Ja, die haben da halt Käse, ne? Also ich hab Angst, dass der hinter mir gleich rausspringt und ein Run-Out macht. Also ein Smoke ist auf jeden Fall hinter der Bombe. Ja, ist tot. Also ja, okay, aber irgendein anderer halt, dass der hier gleich rausspringt. Ja, ist tot. Schön, schön. Guck mal hier kurz, ob, ja, okay, hier ist zu. Hier wird wahrscheinlich gleich keiner rausspringen. Smoke ist hinter der A-Bombe, ja? Also wie gesagt, ich komm mal kurz zu dir. Boah, Freunde, heute noch gar nicht gezockt, Mann. Erste Runde für mich. Hier ist er, ne? Das Smokecriminal. Was ist das, bitch? Hast du den Smoke? Ja, das war's. Ja, wo ist denn der Letzte? Hä? Ich wurde hier irgendwo... Hey, auf Stairs? Hey, warte, ich will jetzt gucken, wo der war. Ich krieg da so ein, zwei Hits rein. Junge, ich hab einfach die Runde gar nichts gemacht, Mann. Ich hab jetzt wieder meine Augen am Start. Freunde, hoffentlich kann ich euch damit jetzt. Auch mal ein bisschen was zeigen. Also ich hab ja wirklich nur vorgedrohnt und Memo sozusagen gesagt, wo die sind. Mehr hab ich gerade echt nicht gemacht, Mann. Aber dafür hat Memo ja hier den entspannten 3K. So, dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht jetzt auch hinbekommen. Okay, dann werden wir den Dings. Ich guck mal eben hier. Skylight. Hoffentlich kommt der gleich kein C4 hochgeschossen. Hat der da jetzt ernsthaft'n Schild, Digga? Schau, dass ich keine Nades mehr habe, Digga, mit IQ. Das wär' Baba gewesen. Wir haben hier eine Maestro-Cam leider. Hey Twitch, can you destroy the Maestro-Cam on ping? On a new Hedge? Boah, I'm coming, I'm coming. Na im Fall, mega süß von ihm. Ist das ein Gegner, dass das Jäger hier ist? Da ist auch noch Jäger, ich komm nicht da ran. So, ich dropp jetzt mal, scheiß drauf. Oh, shit, Digga, nice. Hey. Ey, hier ist injured, hier ist injured. Du kannst ihn dir holen, Memo. Ne, hol, hol. Ich bin schon tot, ich bin schon tot. Jemand anderes hat mich gekillt. Dude, hier ist hier, hier ist hier, hier ist hier. One is injured, one is injured. The smoke is injured, in the beach, yeah. On the right side, there is a Jäger too. One behind you? New Hedge, New Hedge, yeah. Muss ich mal kurz Mürnchen nehmen? Ach man, ich... Wir sind immer nur alle injured, Freunde. Oh nein. He's game for us. Ja. Man hört die ganze Zeit die Twitch-Runde. Hey, he's above, I can ping him for you. I ping him. He's on ping. He moved to the bar. You handled it. He's back side, back side, freezer, freezer. Er holt das, er holt das. Freezer, freezer, mate. Ich muss sagen, mit Aukid eigentlich gut rein, auch wenn er noch injured war. Leider nur. Aber mit der Aukid gut rein, Digga. Hammer. Close to white, I think. Ich glaub, er holt das, glaub ich. Ich glaub, er holt das. Der ist auf jeden Fall nice. Ja, schade. Der ist halt nicht, der ist halt das machen sollen. Hier die dritte Runde startet, Freunde. 1-1 auf jeden Fall gerade. Ich hoffe, wir können das Ganze hier holen. Also mit Auk, muss ich sagen, geht aber wirklich recht gut rein, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt noch eingekillt habe und eingeinjert habe. Aber ich finde, mit der geht eigentlich recht gut rein. Also wirklich. Gar nicht so eine schlechte Waffe. Könnte ich mal öfter spielen. Und kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen sogar. Kommandos ist wahrscheinlich bestimmt besser. Falls ihr einfach mal ein bisschen Abwechslung haben wollt. Könnte ich euch die auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist echt nice, Mann. Bist du Sledge? Ne, du bist wieder Sophia, ne? Sophia geht grad gut rein, oder was? Da ist einer hinten, äh, da wo du den Injured hast hast. Ja, der ist ja, der ist schon gut. Da wo du den Injured hast, ist die Stuck? Ne, 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 der ist ja gerade nicht. Ich bin hier gerade mit da drunter, der ist ja nicht. Ich glaube, der liegt unter den Windows, ich weiß, ob du kannst. Ne, der ist abgehauen. Das ist auch ein Bandit. Ja, der Smoke ist hier auf Pink. Smoke ist auf Pink, he ist auf White Hallway. E, Siegarten haben spiel. Ich sehe, hier war noch einer bei New Hedge. Äh, Bandit, glaube ich. Bandit ist, Bandit ist, äh, Jägers Downsess von New Hedge. Ich glaube, aber er kommt nicht mehr. Hm, hm. Wird jetzt ja eingeholt. Also hier war einer auf Pink, auf Pink. Da war einer. Da hinten durch. Da ist einer oben. Einer irgendwo. Wo ist der? Check ich gerade nicht. Ich kann gerade nichts mit den Sounds anfangen, leider. Freezer, Freezer, Freezer. Hör mal, einer auf Freezer, kannst du mir helfen? Ich bin 36 AP. Ja. Junge, irgendwas ist auf meinem Mousepad. C4, C4, C4. Ja, das ist ein Bandit in Freezer. Ich halte linke Seite von Freezer. He's dead. Ja, aber mehr konnte ich halt auch nicht machen, ne? Also, irgendwas liegt gerade auf meinem Mousepad. So ein Dings. Ich kann gerade nicht so... Das nervt auf jeden Fall gerade. Ist nicht gut. Trains is clear, glaube ich. Ich gehe mal, äh, Red. Gehe ich runter. Ja, hier ist einer, glaube ich, Richtung Red. Gerade gehört. Warte, warte, warte. Hinter dem Schild ist ein Echo. Ja, hier ist halt auch noch einer. Schön, rechte Ecke, rechte Ecke. Da, draußen. Achso. Nee, der war, der ist gemoved, der ist gemoved, leider. Moment, Standard-Spot für Skylight halten. Einer kommt. Nice. Warum auch immer gerade mein Finger, der wollte unbedingt schießen, Digga. Hammer. Ich wollte es mal ganz schnell Position verraten. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ich kriege jetzt einfach mal richtig dicken Shot hier rein. Er steht. Schön. Ich bin getting tricked. Ich bin Skylight. Kapitao-Skylight. Wenn ihr jetzt hier Feuer macht, bin ich gebumst. Ich höre was bei New Hedge. Hm. Hier ist zu. Kann ich nicht lang. Du riech mich hier. Skylight. Skylight. Ich bin gerade so defensiv, Mann. Let's dive Skylight, glaube ich. Hey, bei dir. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich habe 80 Schuss, Memo. Ja. Brrrr. Ja, ich habe die ganze Runde wieder gar nichts gemacht. Hammer auf jeden Fall. So, Freunde, die nächste Runde startet. Auf geht's. So, ich mache hier den Mike. So. Und dann geht es uns auch schon los. Wie gesagt, das ist zwar ein defensives Gameplay. Wir wollen ja hier natürlich gewinnen. Da will, weil du zu viele Kills, leider. Nein. Aber ich wusste das, ich weil er nichts Appreciate. LOL. Warum tötet der sein Teammate? LOL. Ehrenmann. Ich habe Feaser gelegen. So, ich will open Feaser, Guys. Ja, das ist halt ein Mewjammer. Zum Glück. You really had to call me, Bennet. Capital and T-Banner backside in Garage. Downsers from you, Valkyrie. Oh mein Gott, Bruder, die sind anders schlecht. Die Gegner? Nein, mate. Was machen die? Ja, die treffen nichts. Oh mein Gott, alle! Bei Morton hier, bei Bennet, helf ihn bitte. Wo ist er? Bei ihm, bei Bennet, direkt close, bei der Sass. Red Sass, nicht von da am besten. Pass auf, links ist offen und Wind auch. Ist da noch einer bei Morton hier gewesen? Nein. Aber links kommt glaube ich einer rein gleich. Wenn links einer reinkommt, kann ich... Schön, schade. Ja, das hätte ich nicht machen sollen, Digga, da so zu pushen. Du meint auch nicht, dass du da raus gehen sollst, sondern andere Seite. Dass du den von hinten holen kannst. Ich weiß nicht, ob er das holt. Juli. Oh, schön. Nice try, Bro. Memo und ich müssen das jetzt klären, Freunde. Ich hoffe, wir schaffen das. Also, ob jetzt, wie gesagt, mal Widget genommen. Wir werden jetzt... Also, ich werde jetzt roben. Memo auch. Also, Memo roben da sowieso schon, aber... Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen. Das ist immer ganz nice. Das Lustigste wäre, würden die ganz oben reingehen. Das wäre wirklich die Härte. Die sind schon inside, die pushen. Von Kaffee, Cafeteria. Pushen die schon rein. Inside, inside, inside Cafeteria. Ready? IQ. Still inside. Memo? Schön. Letzter inside. Glaub ich. Bro, ich habe zwei inside. Schön. Okay, Overtime startet, Freunde. 3-3. Hätte ich... Auf jeden Fall ein bisschen ekelhaft, dass wir es hier noch... ...bis zu einem 3-3 leider gebracht haben. Aber wird auf jeden Fall hoffentlich... Das wäre auf jeden Fall Hammer. Ich habe kurz meine Maestro-Cams aufgestellt und warte jetzt hier, bis einer... Hoffentlich Skylight kommt. Wenn nicht, dann werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen in den Zähne setzen. Weil die sind halt nur zu viert, so. Ich habe ihn nicht einmal gehittet anscheinend. Nicht einmal anscheinend gehittet. Aber ich habe auch eben gerade noch hier so mein T-Shirt gerichtet. Das ist auch ein bisschen dumm auf jeden Fall, dass ich genau dann die Maus losgelassen habe. Junge, ich werde jetzt... Fuck. I need a Dock. Skylights. Was macht der Dock unten? Keine Ahnung. Care for Hedge, Bro. Ja, one is Jekyll Skylight. Ja, schon gedroppt Reds. Reds the Hedge dropped, guys. Reload! Wir werden das halt verlieren, das ist das Ding. New GFC4. Jekyll, Old Skylight. Ja, don't peek him. Ja, don't peek him. Das war echt geil. Doch, ganz unten. Bro, ich will. Digga, ich sag, don't peek him. Der stirbt auch noch fast. Er wollte nur rotieren, ja. Nein, wollte er nicht. Er hat geahmt. Einen Skylight und einen neuen Hedge, ich glaube. Komm schon J, bitte. Hol ihn. Was ich nicht umklatschen. He is above, Red Hedge. Boah, er hat Dings. Black Ice für die UMP. Hammer. Smoking? Die wollen jetzt rein. Das ist halt diese Standard-Pose. New Hedge, New Hedge dropping, New Hedge dropping. Skylight, Skylight drop. Skylight drop. Nice. Good job, Bro. Er ist gar nicht schlecht. Die nächste Runde startet. Und unser Overtime-Matchpoint. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt... Weil die zu viert sind. Ja, nicht nur das. Einfach, weil die halt ihren Vorteil jetzt hier wieder rausholen wollen. Ja, das mache ich ja. Weil die zu viert sind. Sind die ganz oben? Ja, ne? Ja, das Window hier ist offen. Pass auf. Versuch mal einen davon zu holen. Ja, einer peeken sollte, ist er tot. Hoff ich. Doc is on a New Island. Hm. Vielleicht kann ich ihn irgendwie wallbinken. Mal sehen. Okay, steht halt ein Vermeid. Äh. Ja, kann hier einer oben mal die Hedges aufmachen vielleicht? Das wäre auf jeden Fall Hammer. Nice, good shit, Bro. Ich glaube, hier kommt gleich C4 hochgeschmissen. Kann ich mir vorstellen. Der ist irgendwo ne Scheiß weggekommen. Oh nice. Kann jemand die Hedges öffnen, bitte? Upstairs? Please? Irgendwie würde ich gerne Skylight jetzt gerade droppen, wenn ich ehrlich bin. Also der Dock ist auf New Island. Junge, keiner macht die Hedges auf, Alter. Was ist denn das, Mann? Ja, ich komme jetzt auch. Ich muss jetzt hier woanders hin. Ich hoffe die ganze Zeit, dass hier einer auf... Where? Where, Bro? Ich raste aus, Alter. Er hat 15 HP. Wo ist er denn? Redstairs. Was? Schön. Wo hat er mich gekillt? Verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, hab ich gesehen. Bro, ich hab da pre-aimt. Ich bin gestorben. Er ist einfach pre-aimt um die Ecke gekommen und hat hier halt ne Shot gegeben. So, keine Ahnung, Mann. Aber ich habe es trotzdem gewonnen. Lasst einen Daumen nach oben ab mit euch riesig voll. Schaut gerne um 17 Uhr beim Stream vorbei. Wir sehen uns morgen wieder auf jeden Fall zu einem neuen Video. Macht's gut. Haut rein. Und Peace.